Hallo Leute, in diesem Video seht ihr Tipps und Tricks zu E-Besuche. Ja, das letzte Video zum Thema E-Besuche, wo ich einen Trick gezeigt habe, wie ihr die Null-Punkte-Seiten bei E-Besuche überspringen könnt. Das Video kam sehr, sehr gut an. Ich verlinke es euch an der Stelle nochmal über die Infokarte. Und dann dachte ich mir, dass ich direkt nochmal ein Video zu E-Besucher mache, wo ich weitere Tipps und Tricks zeige. Und das Ganze gebündelt in einem einzigen Video. Also ihr werdet hier sehr, sehr viele Tipps und Tricks in diesem Video zu sehen bekommen. Einige kennt ihr vielleicht schon, aber es werden auch ein paar neue mit dabei sein. Es sei denn, ihr seid so tief im Thema drin, dass ihr meint wirklich schon alles zu kennen. Aber ich werde in diesem Video mal auf alles eingehen, was mir persönlich so einfällt, was so die Leute im Forum herausgefunden haben, was mir Leute persönlich per Privatnachricht geschickt haben, wo sie gesagt haben, das funktioniert bei mir am besten. Und das werde ich euch alles in diesem Video zeigen. Wenn ihr mehr solcher Videos zum Thema E-Besucher sehen wollt, dann gebt dem Video unbedingt einen Daumen nach oben, weil ich schaue mir immer wieder diese Statistiken dazu an und entscheide danach, was so mein nächstes Video wird. Natürlich möchte ich da am besten das bringen, was euch auch am besten bzw. am meisten gefällt. Ja, an der Stelle möchte ich jetzt noch auf die Jump-Aktion hinweisen. Also packt mir eure Jump-Coin-Adresse in die Kommentare, damit ihr bis nächste Woche einen Jump-Coin bekommt. Die Aktion geht wie immer eine Woche und schaut auch auf meinem Library-Channel vorbei, die dezentrale YouTube-Alternative. Abonniert mich auch gerne dort und schaut auch gerne dort meine Videos. Ich würde sagen, wir starten jetzt direkt ins Video rein. So, wir sind jetzt hier direkt auf einem meiner Mini-PCs und hier kommt auch schon der erste Tipp. Wir sehen hier das E-Besucher-Icon, weil das E-Besucher-Add-On installiert ist. Und es gibt es sowohl für Firefox als auch für Chrome und ihr solltet es auch unbedingt installieren. Zusätzlich gibt es jetzt auch hier den neuen Privatsphäre-Haken für das automatische Akzeptieren von Cookies. Das solltet ihr auch unbedingt aktivieren, weil ihr dadurch euren Punkte-Output erhöht. Ja, für einige war jetzt wahrscheinlich das keine wirklich neue News. Vielleicht dieser eine Haken mit den Cookies war neu, aber das ist schon mal eines der wichtigsten Punkte, damit ihr möglichst viele Punkte verdient. Ja, wir switchen jetzt direkt mal auf meinen Bildschirm hier an der Stelle, auf meinem Hauptrechner, womit ich auch das Video drehe. Und da haben wir auch schon die AGBs. Warum rufe ich die eigentlich auf? Weil hier drin schon einige Sachen stehen, die euch davon abhalten können, wirklich Punkte zu verdienen. Weil es gibt auch durchaus Leute, die sagen, ich verdiene mittlerweile gar keine Punkte mehr. Und dann höre ich auch ab und zu noch die Äußerung, ich verdiene keine Punkte, aber ich benutze eine VM oder ich lasse das auf einem Server laufen. Und wenn wir uns hier mal ein bisschen die AGBs anschauen, dann finden wir hier relativ schnell den Punkt, dass wir natürlich erstmal hier mindestens ein Mbit haben sollten im Download. Das werden, denke ich, noch die meisten Leute haben, es sei denn, ihr wohnt auf einem Dorf, wo das Internet noch Neuland ist. Dann passt das vielleicht nicht. Dann, nächster Punkt, angeschlossener Monitor, das haben tatsächlich die wenigsten. Meiner Erfahrung nach reicht es aber auch schon, eine RDP-Sitzung einmalig zu starten, dann ist das wie so ein angeschlossener Monitor. Und jetzt der wichtigste Punkt von denen, die Nutzung der Surfbar auf Servern ist nicht gestattet. Ja, also, das heißt, ihr dürft euch nicht irgendwo einen V- oder Root-Server mieten und dort die Surfbar laufen lassen. Da braucht ihr euch gar nicht wundern, dass ihr keinen einzigen Punkt verdient. Und ihr solltet es tunlichst lassen, VMs zu verwenden. Da sind nämlich immer wieder ganz schlaue Leute dabei, die sagen, ja, warum kauft ihr eigentlich Mini-PCs? Nutzt doch hier VMs und holt euch einen guten Server oder so ein Kram. Ja, auf die Idee bin ich selber schon gekommen, relativ am Anfang. Aber ich habe das gelesen hier, einerseits, es ist einfach nicht erlaubt. Also, euer Account kann dadurch gesperrt werden. Plus, es funktioniert auch nicht, weil E-Besucher das einfach checkt, dass ihr das Ganze von einem Server laufen lasst. Also, versucht es erst gar nicht. Und das ist auch der Grund, warum ich immer Mini-PCs empfehle. Das ist jetzt nicht so, dass ihr das nicht viel, viel günstiger mit einem guten Rechner und vielen VMs hinbekommen könntet. Aber es ist einfach nicht erlaubt. Deswegen sage ich, lieber sechs Mini-PCs dahin stellen, anstatt einen Server mit, ja, sechs VMs im Endeffekt. Oder fünf VMs plus den Server sowieso. Ja, macht es einfach nicht. Es funktioniert auch tatsächlich bei vielen nicht. Wenn es bei euch geht, dann habt ihr Glück gehabt. Aber ich habe es von vielen schon gehört, dass sie dann auch wirklich keinen einzigen Punkt bekommen. Ja, schauen wir mal weiter. Es gibt von E-Besucher selbst die Best Practices zum Thema, wie kann ich mehr verdienen. Es lohnt sich auch mal da reinzuschauen. Ich meine, das kommt von denen selbst. Also das, was sie hier schreiben, das ist das, was euch auch wirklich hilft. Das sind keine geheimen Infos, sondern E-Besucher hat das hier selbst veröffentlicht. Und sagt einerseits, wenn ihr hier in die Einstellungen geht, solltet ihr natürlich alles akzeptieren, um euren Punkte-Output zu erhöhen. Das geht ganz einfach. Ich zeige euch das mal. Wir sind jetzt hier auf der Standardseite, wenn ihr in eurem E-Besucher-Account eingeloggt seid. Und dann klickt ihr hier auf Einstellungen. Und dann solltet ihr hier alles akzeptieren, plus den Turbo-Modus aktivieren. Und, was ich auch bei vielen schon gesehen habe, die haben den Bonus hier nicht auf 100% gestellt. Wenn ihr da 70% eingestellt habt, dann sind 30% der Webseiten unvergütet. Also stellt hier unbedingt die 100% ein, drückt dann auf Speichern und auch dann erhöht sich euer Punkte-Output. Garantiert. Und wenn ihr euch jetzt noch an den Rest haltet, den ich euch noch im Video sage, dann kann eigentlich gar nichts mehr schief gehen. Ja, schauen wir hier mal auf der Seite weiter. Hier steht das auch nochmal mit dem E-Besucher-Add-On. Das solltet ihr auf jeden Fall nutzen. Das ist auch noch ein wichtiger Punkt Sichtbarkeit der Surfbar. Hier wird also wirklich auch abgeprüft, ob die Surfbar im sichtbaren Bereich läuft. Habt ihr zwei Monitore, so wie ich, und auf dem rechten läuft zum Beispiel die Surfbar, dann reicht das schon. Dann könntet ihr auch auf dem linken irgendwas anderes machen. Aber wenn ihr jetzt sagt, ihr habt das die ganze Zeit permanent minimiert, dann wundert euch nicht, dass ihr keine Punkte bekommt. Weil das wird hier auch abgeprüft, ob die Surfbar im sichtbaren Bereich läuft. Nächster Punkt Spracheinstellung. Auch dazu habe ich schon mal in einem Video was gesagt. Stellt die Browsersprache unbedingt auf Deutsch. Also häufig ist es bei einer Raspberry Pi so oder bei so einer TV-Box, da ist dann die Browsersprache auf Englisch. Ja, und auch das wird abgeprüft. Auch das können Werbetreibende einstellen, dass sie hier als Browsersprache wirklich nur Deutsch akzeptieren. Nächster Punkt Bildschirmauflösung. Mindestens eine HD-Auflösung. Das sollte gegeben sein. 4K bringt nichts. Zumindest habe ich da noch keinen Unterschied festgestellt. Full HD ist auf jeden Fall ratsam. Also die Auflösung sollte euer Monitor schon haben. Ja, natürlich macht es auch Sinn, eine gute IP-Adresse zu haben. Dazu auch nochmal ein Tipp von mir. Wenn eure IP-Adresse keine Punkte mehr abwirft, dann zieht doch einfach mal euren Router aus der Steckdose, wartet mal so 5 Minuten und steckt ihn wieder rein. Dann bekommt ihr meistens eine neue IP, sofern ihr keine feste IP gekauft habt. Das sind aber tatsächlich die wenigsten. Und dann erhaltet ihr eine neue IP und verdient wieder mehr Punkte mit der Adresse. Zur Verbindungsgeschwindigkeit habe ich schon was gesagt. Minimum ein Mbit, dafür reicht sogar O2-Free. Das habe ich auch schon mal in einem Video gezeigt. Also theoretisch geht das sogar mit einem O2-Free-Vertrag, dass ihr da mehr verdient, als der Vertrag kostet. Erneuerung der IP-Adresse, das ist so ein bisschen der Punkt hier auch mit. Also dass ihr da mal vielleicht den Router aus der Steckdose zieht. Und natürlich solltet ihr möglichst eine deutschsprachige IP-Adresse haben. Also wenn ihr euch in Deutschland befindet, habt ihr eine deutsche IP. Das sind meiner Erfahrung nach tatsächlich die besten. Die österreichischen IPs sind auch noch sehr, sehr gut. Die IPs aus der Schweiz ebenso. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel ein deutschsprachiger aus Amerika seid und eine US-IP habt, dann habt ihr auch einen ziemlich geringen Punkte-Output. Ähnlich ist es dann mit einer italienischen IP und so weiter. Da ihr hauptsächlich Webseiten angemeldet sind, die aus Deutschland kommen, ist das ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ja, soweit zu den Punkten, die E-Besucher selbst sagt. Jetzt kommen noch ein paar Punkte hinzu, die ich so ein bisschen herausgefunden habe, durch Ausprobieren zum Teil aber auch im Forum lesen konnte. Vielen Dank an die Leute, die das berichtet haben. Was auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist, ist, einen aktuellen Browser zu haben. Also beispielsweise bei der Raspberry Pi 3 ist es aktuell so, dass der Chrome nicht aktualisiert wird. Und dementsprechend habt ihr einen veralteten Browser und da haben auch schon einige Leute berichtet, dass die mit der Raspberry Pi 3 keine Punkte mehr verdienen, weil der Browser nicht mehr aktualisiert wird. Bei der Pi 4 sieht das anders aus. Da habt ihr einen aktuellen Browser. Auch das wird abgeprüft. Ihr seht das, wenn ihr jetzt hier in euer Konto geht, zum Beispiel hier in die Surf-Links reingeht. Und dann geht ihr mal auf einen der Links drauf. Und dann seht ihr hier zum Beispiel, dass hier jetzt Firefox 80 drauf ist. Zuletzt verbunden am 29.08. Und zehn Tage zuvor war hier noch Firefox 79 drauf. Und da würdet ihr auch erkennen, welche Chrome-Version eigentlich drauf ist und welche da die aktuellste ist. Das findet ihr auch mit ein bisschen Googlen raus. Und wenn ihr da die aktuellste habt, dann seid ihr auch auf der sicheren Seite. Was das Betriebssystem angeht, habe ich festgestellt, dass Windows auf jeden Fall am besten ist. Ihr solltet da auch nicht anfangen, irgendwie rumzutricksen. Da gibt es auch Leute, die ein Windows-Betriebssystem auf ihrer Pi vorgaukeln wollen, indem sie den User-Agent ändern. Das kann funktionieren, aber in 95% der Fällen kann es dann auch sein, dass ihr einfach Null-Punkte-Seiten angezeigt bekommt, weil auch das alles getrackt wird. Leute, die das System überlisten wollen, die werden mittlerweile knallhart rausgefiltert. Das ist auch der Grund, warum es mittlerweile echt ein paar Leute gibt, die sagen, öh, funktioniert bei mir nicht mehr. Und dann kriege ich immer wieder raus, die haben versucht, das System zu verarschen. Oder die haben das oder das nicht beachtet. Und dann wundert es mich ehrlich gesagt auch gar nicht so stark, dass da nichts mehr geht. Also ich habe jetzt hier bei E-Besucher keine Sonderstellung, wie das einige meinen. Ich verdiene mit meiner guten IP 1000 Punkte die Stunde. Das hier ist sogar eine VPN-IP. Da macht man auch mal in der ersten Stunde knapp 600 Punkte. Also da geht schon einiges. Ich denke, das wird sich jetzt hier auch diese Stunde bei um die 200 Punkte einpendeln. Wenn man da so 200 Punkte hat, finde ich das eigentlich schon ganz ordentlich. Aber auf jeden Fall solltet ihr nicht versuchen, das System zu verarschen. Auf Dauer fliegt das auf. Möglicherweise wird euer Account gesperrt. Es lohnt sich einfach nicht. Achtet auch darauf, dass ihr immer das neueste Betriebssystem drauf habt. Also immer schön die Windows-Updates mitmachen. Das kann sowieso nicht schaden. Wie gesagt, auch möglichst eine Residential-IP. Das ist die, die ihr direkt von eurem Provider bekommt. Andere IPs bringen nicht so viel. Server-IPs bringen nicht so viel. VPN-IPs bringen nicht so viel. Das kann sich aber auch lohnen. Und dazu habe ich auch schon Videos gemacht. Und was auch nicht schaden kann, ist, wenn ihr ausreichend Leistung zur Verfügung habt auf eurem PC. Das sollte nach Möglichkeit so ein Mini-PC sein. Der reicht von der Leistung für E-Besucher auf jeden Fall aus. Wenn ihr jetzt ein bisschen mehr vorhabt, dann benötigt ihr wahrscheinlich einen etwas stärkeren. Also wenn ihr sagt, ihr wollt dann noch einen Foreset-Collector und noch mehr drauf machen. Ich habe schon gesehen, eingeschränkt funktioniert das auf jeden Fall. Also Foreset-Collector plus E-Besucher. Das geht schon, wenn ihr da den Foreset-Collector ein bisschen einschränkt und er nicht fünf Fenster auf einmal aufmacht, sondern maximal eins. Dann geht das auch noch parallel. Aber mehr schafft dann auch so ein Mini-PC nicht. Also überfordert den auch nicht mit irgendwelchen Programmen. Das Jumpcoin-Wallet geht auch noch drauf. Das habe ich ja auch gezeigt, dass es nicht so sonderlich viel Leistung braucht. Und jetzt zum Abschluss nochmal etwas, was ebenfalls ein Community-Mitglied herausgefunden hat. Mittlerweile ist es mir tatsächlich sogar selbst aufgefallen. Beim Verbindungstest verbindet sich die Surfbar ganz kurz mit dem Anbieter AdScore. Ja, und da haben wir dann mal so ein bisschen nachgeschaut. Was macht ein AdScore eigentlich? Und das, was sie hier eigentlich tun, das seht ihr hier. AdScore bietet an, das aktiv zu filtern in guten und schlechten Traffic. Also die können durchaus feststellen, ist das jetzt eine gute IP, hat er jetzt das neueste Betriebssystem und so weiter. Und dann kann er je nachdem, was für einen Score deine IP so bekommt, kann AdScore sagen, du kommst auf die Seite mit Punkteverdienst oder du kommst auf die Seite mit gar keinem Punkteverdienst, auf diese Themen-Webseiten. Das ist ja, also E-Besuch hat ja auch nichts davon, wenn ihr euch die Themen-Webseiten anzeigen, weil dafür bekommen sie ja selber kein Geld. Sie machen das eigentlich nur, damit sie euch in der Zeit, wie sie eure IP schlecht einschätzen, überhaupt irgendwas zeigen können, um die Zeit sozusagen zu überbrücken, bis wieder eine Webseite zur Verfügung steht, die auch bei eurem schlechten Score für eure IP durchaus nutzbar wäre. Aber wenn ihr echt einen schlechten Score für eure IP bekommen habt, dann bekommt ihr schlechtere Seiten angezeigt, im Zweifel sogar eben diese Null-Punkte-Seiten, bis irgendein Werbetreibender gesagt hat, mir ist das egal, was für einen Score die IP hat, weil wir können das alles ziemlich genau definieren als Werbetreibende. Und ja, dann bekommt ihr vielleicht doch nochmal eine Webseite angezeigt, aber ansonsten landet ihr dann auf diesen sogenannten Null-Punkte-Seiten. Ja, zu dem Null-Punkte-Problem habe ich schon ein Video gemacht, schaut da unbedingt rein. Also es kann auch mal helfen, die Cookies zu löschen, es kann sowieso nie schaden, aber wenn ihr das regelmäßig macht, das habe ich auch schon im letzten Video gesagt, dann funktioniert dieser Trick nicht mehr. Also ihr solltet es nicht bei jedem Mal machen, dann funktioniert es schon nicht mehr. Ja, wenn das alles überhaupt gar nicht hilft und ihr sagt, ich habe jetzt alles ausprobiert, was du gesagt hast, dann meldet euch beim Support. Es kann wirklich sein, dass es einen Shadow-Bun gibt, von dem ihr nichts mitbekommen habt, den E-Besucher gar nicht so euch mitteilt, dass ihr jetzt gebannt seid, in dem Sinne, dass ihr jetzt nur noch schlechte Seiten angezeigt bekommt. Meldet euch einfach mal da und klärt das dann direkt mit denen. Für den sehr unwahrscheinlichen Fall, dass ihr noch nicht bei E-Besucher angemeldet seid, packe ich euch auch nochmal den E-Besucher-Link in die Beschreibung zum kostenlosen Anmelden, dann könntet auch ihr mit E-Besucher starten. Ich sage mal, 15 Euro sind im Moment tatsächlich für jeden möglich, also die 1000 BTP kann man locker wieder mit einer IP verdienen, damit kommt man am Ende des Monats auf ca. 15 Euro Verdienst. Man muss schon sagen, E-Besucher an sich ist durchaus anspruchsvoller geworden, sie tracken das einfach alles viel, viel besser, aber warum machen sie das? Sie wollen natürlich keine Kunden verlieren, die schlechten Traffic bekommen haben und sagen, dafür habe ich jetzt so viel Geld bezahlt. Also die denken natürlich an ihre Kunden, an ihre zahlenden Kunden, ja, manchmal denken sie vielleicht ein bisschen zu wenig an die Leute, die die Surfbar laufen lassen und die leiden da ein bisschen drunter, aber wenn es keine zahlenden Kunden gibt, dann braucht es auch uns nicht. Deswegen ist die Priorität wahrscheinlich immer erstmal bei den zahlenden Kunden. Das sind am Ende dann auch unsere Gewinne, also sollten wir nicht zu sauer deswegen sein. Ja, ich denke eine Konkurrenz zu E-Besucher, das haben sich auf jeden Fall sehr, sehr viele gewünscht, aber es könnte auch dazu führen, dass die Preise gedrückt werden, wodurch wir alle weniger verdienen, weil der Webseitenbetreiber sagt, ich gehe jetzt einfach zu dem Anbieter, der mir den Traffic am günstigsten liefert und dann kann es eine Preisschlacht geben und am Ende rechnet sich das vielleicht auch für keinen. Trotzdem fände ich eine Alternative ziemlich interessant, einfach um eine zu haben. Ich habe mir da schon eine Seite rausgesucht, aber rein vom Verdienst her kommt die nicht mehr annähernd an das dran, was E-Besucher abwirft. Deswegen macht euch nicht zu große Hoffnung, das könnt ihr maximal parallel laufen lassen. Dazu kommt auch demnächst dann ein Video. Ja, soweit erstmal mein Fazit zu diesem Video. Ja Leute, das war es soweit mit dem Video für diesen Samstag. Hat mich gefreut, dass ihr mal wieder zugesehen habt. Jetzt interessiert mich natürlich noch eure Meinung zu dem Thema in den Kommentaren. Also schreibt mir gerne mal, ob ihr denn schon alle Tricks kanntet und ob die Tricks bei euch persönlich funktioniert haben oder ob ihr sagt, bei mir hat gar keiner funktioniert. Ehrlich gesagt kann ich es mir nicht vorstellen, aber wenn das wirklich der Fall sein sollte, dann solltet ihr unbedingt mal dem Support schreiben, weil dann stimmt irgendwas mit eurem Account nicht. Und ihr habt irgendeinen Shadow Bun oder so von E-Besucher bekommen, den es dringend gilt aus der Welt zu schaffen. Deswegen klärt das am besten direkt mit dem Support. Jetzt freue ich mich noch über einen Daumen nach oben, über ein Abo, sofern ihr noch nicht mal Abonnent seid. Aktiviert dazu auch gerne die Glocke, damit ihr keines meiner Videos mehr verpasst. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall erstmal einen schönen Samstag und würde sagen, wir sehen uns gleich morgen um 18 Uhr wieder. Also bis dann Leute. Ciao. Ciao.